Im Augenblick habe ich das Pest aufgenommen. Das stimmt. Also wir müssen uns jetzt einigen. Entweder Lolli oder Hypnose. Einigen. Hier singst du. Immer tiefer. Und ich werde jetzt gleich deinen Arm anheben. Wenn dies geschieht. Wenn ich deinen Arm anhebe, dann hilfst du mir nicht dabei. Du hilfst mir nicht dabei. Und wenn ich deinen Arm loslasse, dann lässt du den einfach nach unten fallen und mit diesem Fall deines Arms singst du auch noch ein vielfaches tiefer in diese Entspannung. Sehr gut. Ganz locker. Ganz locker. Nicht helfen. Nicht helfen. Ganz locker. Nicht helfen. Dann machen wir nochmal. Schlaf. Immer tiefer singst du. Sehr gut. Immer tiefer in diesen Zustand. Immer tiefer singst du. Du fühlst dich vollkommen wohl. Absolut wohl und entspannt. Singst immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand. Noch viel tiefer. Und wenn ich dich gleich an der Stirn berühre, singst du noch tiefer in diesen Zustand. Und stehst dabei sicher auf deinem Platz. Sehr gut. Immer tiefer lässt du dich sinken. Immer tiefer. Sehr gut. Du stehst vollkommen sicher auf deinem Platz. Nichts kann passieren. Vollkommen sicher. Und aufrecht. Du kannst dich wieder aufrichten. Sehr gut. Ganz aufrecht. Ganz aufrecht. Und stehst vollkommen sicher auf deinem Platz. Lässt dich dabei immer tiefer sinken. Zur Zahl 3. Bei der Zahl 3 bist du wieder vollkommen zurück im Hier und Jetzt fühlst du dich absolut wohl. Frisch und munter. Eins, zwei und drei. Wow, cool. War klasse, oder? Ja, super. Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Hab viel Spaß damit. Ja, danke. Auf unserer Homepage. Vielleicht kommt das gleich. Ja, nicht gleich, aber demnächst. So, wie hat sich das jetzt so angefühlt? Schon ein bisschen entspannt, ne? Hast du gemerkt, das ist auch schwer geworden, ne? Okay. Ich stelle mich jetzt mal hier so zur Seite. Darf ich dich an der Schulter anfassen? Ja. Gut. Und auch am Kopf, an der Stirn? Gut, okay. Dann mach einmal die Augen auf und schau mal auf meine Finger. Du wirst jetzt feststellen, die Finger kommen langsam näher. Und je näher die Finger kommen, umso schwerer werden deine Augenlider. Konzentrier dich einfach nur mal auf meine Stimmung. Lass geschehen, was geschehen will. Die Augenlider werden langsam immer schwerer und immer schwerer. Immer schwerer. Du stehst ganz sicher und fest. Und deine Augenlider werden noch schwerer und schwerer. Du stehst ganz sicher und fest auf deinem Platz. Ganz sicher und fest. Wenn meine Finger deine Stirn berühren, verschließen sich deine Augen ganz fest. Wenn meine Finger deine Stirn berühren, schließen sich deine Augen ganz fest. Jetzt. Ganz fest verschlossen. Genau. Lass einfach geschehen, was geschehen will. Fühle dich ganz wohl, absolut wohl. Und selbst wenn ich meine Finger jetzt wieder von deiner Stirn nehme, entspannst du dich doppelt so tief, als du jetzt schon bist. Ich nehme jetzt gleich meine Finger von deiner Stirn. Lass geschehen, was geschehen will. Du bleibst sicher und fest stehen. Sicher und fest stehst du auf deinem Platz. Und schlaf tiefer und tiefer. Tiefer und tiefer singst du. Tiefer und tiefer. In diesem angenehmen Zustand. Tiefer und tiefer. Du fühlst dich die ganze Zeit wohl. Wenn ich jetzt deinen Kopf aufhöre zu rotieren, in dem Moment singst du noch tiefer. Jetzt noch tiefer. Sehr gut. Wunderbar. Du fühlst dich die ganze Zeit absolut wohl. Sicher stehst du auf deinem Platz. Und du stehst gleich einen Binnfaden an dein Handgelenk. Ich binde einen Binnfaden an dein Handgelenk. Und an diesem Binnfaden hängt ein großer, gasgefüllter Ballon. An diesem Binnfaden hängt ein großer, gasgefüllter Ballon. Und dieser Ballon steigt langsam in die Luft. Dieser Ballon steigt jetzt ganz langsam, immer höher und immer höher. Dieser Ballon steigt jetzt ganz langsam, immer höher in die Luft. Und je höher dieser Ballon steigt, umso wohler fühlst du dich. Je höher dieser Ballon steigt, umso besser geht es dir. Dieser Ballon steigt jetzt noch höher in die Luft. Und du fühlst dich immer wohler und immer wohler. Je höher dieser Ballon steigt, umso besser geht es dich. Eins, Augen auf. Welcome back. Zurück. Und, wie fühlt es sich an? Gut. Richtig gut, gell? Ja. Super, vielen Dank. Sehr gut. Wunderbar. Das war mal so eine kleine Hypnosedemonstration. Wow. Wow, gell? Hätte noch länger dauern können, gell? Ja, war schön, gell? Aber ihr habt ja heute noch was vor, glaub ich, ne? Wollt noch ein bisschen was tun, ne? Ja, dann danke, dass du mitgemacht hast. Danke auch, sehr. Wo kommt ihr her? Aus Göppingen. Göppingen, wie weit ist es von hier? Das ist in Völstal. Das ist zwischen Ulm und Stuttgart. Ulm und Stuttgart. Also wenn ihr mal Interesse an Hypnose habt, auch mal eine Ausbildung vielleicht zu machen, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, ja, gibst du gerade mal einen Kettel von der? Da könnte man sowas lernen. Ja. Oder vielleicht, du sagst ja, deine Mama, ne? Beschäftigt sich damit. Ja, die ist erst schon... Du denkst nur noch meine Worte zählen. Immer tiefer und tiefer. Und ich werde dich gleich an einem Arm berühren. Und wenn ich dies tue, dann kannst du diesen Arm einfach nach unten fallen lassen. Und in dem Moment, wo du diesen Arm nach unten fallen lässt, singst du noch tiefer in diesen Zustand. Tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Immer tiefer und tiefer. Und so wie der Arm nach unten geht, singst du tiefer in diesen Zustand. Immer tiefer, immer tiefer. Und du lässt es geschehen. Du fühlst dich vollkommen wohl. Singst dabei immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand. Das verselbstständigt sich immer mehr. Immer mehr. Und es dreht sich immer schneller. Immer schneller. Und du möchtest auch gar nicht mehr aufhören. Das dreht sich immer schneller. Und du fühlst dich immer wohler dabei. Immer wohler fühlst du dich. Und während du drehst, singst du noch tiefer in diesen Zustand. Immer noch tiefer. Immer noch tiefer. Und du fühlst dich vollkommen wohl. Vollkommen wohl. Immer tiefer und tiefer singst du in diesen wunderschönen Zustand. Immer tiefer. Und jetzt hört es auf und die Arme gehen nach unten. Und du singst noch tiefer in diesen Zustand. Immer noch tiefer. Und du fühlst dich so... Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Brauchst aber keine Angst zu haben. Mal hält es alle aus. Du musst nur meinen Anweisungen folgen. Niemand kann gegen seinen Willen hypnotisiert werden. Das ist ganz wichtig. Und das heißt, du musst einfach meinen Anweisungen folgen und das machen, was ich sage. Wenn sich jemand wehrt, wird es nicht funktionieren. Machen wir das zusammen? Okay. Also, dann komm mal noch ein kleines Stück hier nach vorne. Gut. Stell mal die Füße zusammen. Leg deine Hand mal auf meine Hand. Darf ich dich an der Schulter berühren? Darf ich dich auch im Gesicht berühren? Okay. Wunderbar. Jetzt drück einmal bitte hier fest drauf. Genau. Konzentrier dich mal so ein bisschen. Mach mal ein bisschen in die anderen. Genau. So ist prima. Schau mich mal an. Drück hier noch ein bisschen fester. Schließe deine Augen. Schlaf. Tiefer und tiefer. Tiefer und tiefer singst du. Tiefer und tiefer. Immer tiefer. Wenn ich aufhöre, deinen Kopf zu kreisen, singst du noch mal tiefer hinein. Jetzt. Tiefer und tiefer. Immer tiefer. Konzentriere dich. Wenn ich nach unten fällt, singst du doppelt so tief hinein. Wenn dieser Augen locker nach unten fällt, singst du doppelt so tief hinein. Doppelt so tief. Jetzt. Doppelt so tief. Tiefer und tiefer und tiefer lässt du dich sehen. Du wirst immer wacher und immer wacher. Du fühlst dich immer besser und immer besser. Vier. Du wirst immer wacher und immer wacher. Dein Puls, dein Blutdruck stellen sich auf optimale Werte ein. Du wirst immer wacher und immer wacher. Wenn ich jetzt die Zahl fünf ausspreche, bist du hellwach. Zurück im Hier und Jetzt. Und du fühlst dich spitzenmäßig. Mach dich bereit. Fünf. Augen auf. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus für die Rutterhabe.